Was wissen Baslerinnen und Basler eigentlich über das Littering von Ziggy's? Wir haben auf der Straße eine Opel gefragt. Zigarettenfilter sind aus Papier, die sich in der Natur von allein abbauen. Fact oder Fake? Fake. Die haben tausende Sachen drin, die überhaupt nicht gut sind. Fact. Fake. Mach mal Fact. Ich denke, das geht nicht von allein weg. Fake tatsächlich, das stimmt. Also besteht nicht nur aus Papier, sondern auch aus einem Kunststoff, der sich nicht abbaut, sondern mit der Zeit einfach zu Mikroplastik zerfällt und so damit Plastikmüll ist. Nicht auf dem Boden, nicht in Dohlen und auch nicht in Rhein. Ziggystümmel gehören in Abfall. Basler bleibt sauber und zwar dank dir.